Mein Name ist Hartmut Mühlwald. Ich bin Vormann vom Seenundkreuzer Haare-Köpke in Sassnitz. Ich bin 1952 geboren und schon fast 25 Jahre beim Seenundienst. Mit der Wende, mit der Übernahme durch die DKZ-TS ist hier so eine Art Quantensprung erfolgt. Also die Schiffe sind viel schneller geworden, viel moderner geworden. Und wir haben ja zurzeit den neuesten Seenundkreuzer der Gesellschaft hier in Sassnitz stationiert. Und pro Schicht sind wir fünf Mann Besatzung, die 24 Stunden und zwar 14 Tage hintereinander an Bord sind und danach 14 Tage frei haben, sodass die Station immer rund um die Uhr besetzt ist. Wir brauchen maximal vier, fünf Minuten, dann sind wir aus dem Hafen raus im Notfall. Und da die Maschinen vorgeheizt sind, können wir auch ab Mohnenkopf vollfahren. Also das heißt, die Maschinen sind immer so, dass wir sofort mit voller Leistung weiterfahren können. Die Haare Köpke ist vor zwei Jahren hier getauft worden in Sassnitz. Und für mich ist das schon was Besonderes, ein neues Schiff in die zu stellen. Und außerdem, meine Tochter durfte das Tochterboot taufen. Das ist natürlich eine besondere Ehre für jemanden, der da auf dem Seenundkreuzer arbeitet, zumal man das nicht allzu oft erleben wird. Nur so eine Taufe von einem neuen, tollen Schiff ist natürlich was Besonderes. Ja, natürlich ist das für die Familien nicht immer einfach. Die normalen Fälle sind Routinefälle. Aber solche Fälle wie die Janne Hewiljes zum Beispiel, da ist natürlich eine gewisse Gefahr auch für die Besatzung dabei. Und natürlich ist das nicht für die Familien ganz einfach. Jetzt kommt natürlich wieder dieses Klischee, wir wollen anderen Leuten helfen. Das hört sich immer so ein bisschen hochgestochen an. Aber natürlich spielt das eine große Rolle, wenn man einen Job hat, wo man erst mal sehr zufrieden selber ist und dann auch ab und zu mal Dank hört von Leuten, dass sie sagen, Mensch, das ist toll, dass ihr gekommen seid oder dass ihr bei dem Wetter rausgefahren seid. Das finden wir ganz toll. Wer hört nicht gerne mal ein Lob, das ist natürlich eine schöne Sache.